Hallo lieber Fußball-Freunde, Thema Kaiserslautern, zweite Bundesliga, 2017-2018, 21 Spieltag, Eintracht Braunschweig gegen Kaiserslautern, Ergebnis 1 zu 2, Startelfen, Eintracht Braunschweig, Friedrich, Nickenarsch, Fackvig, Brögnens, Tickel, Hagenscheid, Schönefeld, Reitschel, Kumbela, Hoffmann, Adulani, Startelfen, Kaiserslautern, Sivas, Meveni, Kalasan, Radgeer, Fukuwara, Moritz, Seufacht, Perichelo, Jensen, Spafis, Osavi. Das war's von Eintracht Braunschweig gegen Kaiserslautern, 0 Uhr 45.